Wenn man von einer UFO-Sichtung spricht, oder sich mit außerirdischen Phänomenen beschäftigt, wird man zwangsläufig nicht um die sogenannte UFO-Welle aus Norwegen herumkommen. Wie aus dem Nichts. Bahnt sich am frühen Morgen eine unvorstellbar große Lichtspirale an dem wolkenfreien Himmel seinen Weg. Innerhalb weniger Sekunden wächst sie auf einen Durchmesser von mehreren Kilometern an, und löst sich plötzlich wieder auf. Sogar führende Weltraum-Experten geben hinterher zu, dass dies unmöglich ein irdisches, und schon gar nicht ein von Menschen handgemachtes Phänomen sein kann. Waren die Augenzeugen an jenem Morgen tatsächlich mit Außerirdischen in Kontakt getreten? Waren die Augenzeugen an jenemisch sind, Ihr wollt noch mehr paranormale Phänomene sehen? Dann besucht doch einfach mal unseren gleichnamigen YouTube-Kanal. Hier haben wir für euch unzählige UFO-Sichtungen und Geistererscheinungen zusammengetragen. Neben dem Video- und Fotomaterial bekommt ihr hier auch die spannenden Geschichten, die hinter den Sichtungen stecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017